Es schneit! Hey liebe Leute! So, es geht los, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Boxen, die wir heute besprühen. Ich zeige euch gleich mal eben mit einem kleinen View, was wir so machen und starten dann auch gleich mit der Platzierung der Logos und natürlich auch mit den Freehand Designs. Also, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock und wir starten jetzt hier bei dem Bad Boy mal. So, liebe Leute, jetzt geht's los. Wir haben die Sachen aufgeklebt, die Stencils sind da und jetzt baller mal mit der Farbe drauf. Also, auf geht's! Ich nehme euch mit dem Zeitraffer. Bis gleich! So, wir sind fertig. Wie ihr sehen könnt, die Folie hängt noch. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. An der Technik, wie wir das ganz vernünftig ablösen können, ohne dass sich die Farbe wieder ablöst. Denn richtig geiler deutscher Lack lässt natürlich keinen anderen Lack darüber zu. Ja, gut. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Seite. Kommt mal mit. Funktioniert alles super. Aber, wie ihr seht, ist mir die Stütze gebaut gelaufen. Ja, das ist mir die Stütze gebaut gelaufen. Funktioniert alles super. Aber, wie ihr seht, ist mir die Stütze gebaut gelaufen. Und dann ist alles so eine Farbe. Deine Scheiße. Na ja, ich werde jetzt weitermachen und lack mir das nächste Logo ein. Und dann... Dann... Geht's gleich auf die Fretze! Auf Всё! Also... Die groundern auf die Fretесь kommt. Die aut micronAge Die mañana wurde im Figuren gesorgt. Und dann, nachdem ihr allecio-klassiert. Die überhaupt im Figuren wert. Nou, das geht nicht anancen Rollen von kurz am gordischem프 defeating. so liebe leute leider gottes habe ich meine gopro falsch eingestellt dementsprechend gibt es vom zweiten jetzt hier leider nur eben gleich einen schicken porn und ein paar aufnahmen hört sich ja immer gut an oder die Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, das Projekt ist abgeschlossen. Ein, zwei Kleinigkeiten waren auch hier, wo wir mit ein paar, man könnte es Probleme nennen, zu kämpfen hatten. Doch, ihr schafft. Busted. Ich werde jetzt noch hier schick meine ganzen Sachen wieder einpacken, ein bisschen für Ordnung sorgen. Also, könnt ihr gespannt sein. Geht ab, das Ding. Geht ab. Jetzt noch für euch ein schicker Porn von den ganzen Sachen. Zeigt euch nochmal ein bisschen, was wir alles so gemacht haben. Und das ist es. Das Werk Bundeswehrprojekt. Fertig. Viel Spaß beim Porn. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020